Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Monke. Ich nehme Ihnen das Versprechen ab, alle erforderlichen Vorkehrungen für die Beseitigung meiner sterblichen Überreste zu treffen. Mein Führer, das ist ein schrecklicher Befehl, aber ich will ihn ausführen. Das ist doch ganz normal für einen Jungen in seinem Alter. Das ist Gottes Strafe, weil ich meine Nichte geehelicht habe. Onkel, sei nicht albern. Aber dafür sind die jungen Leute doch da. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Es wäre mir leicht, davonzugehen. Nur dieser eine Augenblick. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Du kleiner Mistkerl, hast schon wieder meine Bienenstöcke angezündet. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Er suchen sie mir. Ich will Fegelein sehen. Zerfahrt. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist ein Fahnenflucht. Vermahnt. Bringen Sie mir Fegelein. 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 Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Onkel Alois? Weißt du was? Ich finde, wir sollten ihn von der Schule nehmen. Er hat eine künstlerische Ader. Warum soll er sich mit Naturkunde quälen, mit Mathematik? Onkel Alois? Was hast du? Du meine Güte. Adi, komm, wir müssen deinem Vater helfen. Onkel Alois? Mal einen Ausland machen. Die Logik der Frau. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Hast du bestanden? Aus mir wird einmal ein großer Künstlermutter. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Amen. Gunther, ich nehme Ihnen das Versprechen ab. Alle erforderlichen Vorkehrungen für die Beseitigung meiner staatlichen Überreste zu treffen. Mein Führer. Das ist ein schrecklicher Befehl, aber ich will ihn ausführen. Das ist ein schrecklicher Befehl. Unser Lassen pół不是 die Beseitigung der Kompompatatien im Tagen. Ok, gut. Vielen Dank.